So, Tag zusammen. Wir sind Sven Robin und Sebastian Selenath. Wir sind diejenigen, die euch eine Woche lang begleiten werden jetzt, nämlich mit dem Arealbank-Slot. Und wir haben mal ganz bewusst darauf abgestellt, dass wir kein so ein Mainstream-Thema machen, sondern wir beschäftigen uns mit künstlicher Intelligenz und People Analytics. Sebastian, magst du noch mal kurz sagen, was da unser Fokus ist? Ja, was ist der Fokus? Das ist ein Thema, was ziemlich neu ist. Und ich denke, da geht es auch um Lernen für uns alle, Lernen für HR. Denn das ist ein Thema, das HR bisher gar nicht so im Fokus hatte, sich mit Daten zu beschäftigen, mit Ableitungen. Und was heißt das fürs Lernen in der Zukunft? Und da stellt sich natürlich die Frage, warum macht HR so was und wer ist da vielleicht noch mit drin? Unsere Rollen in dieser ganzen Woche sind, Sebastian ist hier bei der Arealbank im Bereich Human Resources Consulting. Und kümmert sich schon ganz lange um ganz viele Start-up-Themen, um die ganzen digitalen Themen in HR. Und meine Rolle, ich war lange in HR, bin klassisch Personalentwickler, bin aber gewechselt Anfang des Jahres in den Bereich Innovations. Und bin so das Bindeglied zwischen beidem, habe einen HR-Hintergrund und natürlich so das Digitale in meiner DNA. Und wir beide haben einen langen Track Record zu dem Thema. Und wir freuen uns ganz besonders, dass ganz viele spannende Themen jetzt kommen. Und wir haben auch einen Schritt.